Es ist keine Reise, Lisee. Wir gehen weg. Zusammen. Und wir brauchen eine zweite Chance. Da ist es nicht nur euer Gescheu, oder? Geh da nicht mehr hin. Warum? Ich kann, was ich brauch. Man hat dich über nie reden. Ja, lass es mal mir, mein Schatz. Ich habe was angefahren. Ein Hund oder irgendwas. Was hast du gesagt? Du musst doch wissen, ob du... Es ist ein 16-jähriges Mädchen. Ich habe sie angefahren und bin weggefahren. Und sie war noch nicht mal tot. Ich bin das nicht, Nils. Ich bin nicht dieser Mensch. Du weißt, dass wir niemals jemandem irgendwas davon erzählen dürfen. Ich bin der USA. Berge auf! Berge auf! Amen. Das ist der Vater von Meadow und Peter. Das ist der Vater von Meadow.